System-Kollaps, Staatsanleihen fallen ins Bodenlose, der japanische Yen ebenfalls im freien Fall, britische Pensionskassen sind nahe am Bankerott, jetzt kommt der große Untergang! Oder vielleicht doch nicht? Ja, heute sprechen wir mal darüber, warum es auch Gründe gibt, dass dieser große Crash, von dem aktuell alle sprechen, dieser Great Reset, warum der gar nicht kommen muss, warum es auch möglich ist, dass dieser große Crash eben ausbleibt, warum es wirklich Gründe gibt, dass dieses Szenario wirklich möglich ist. Ja, wenn wir uns die aktuelle Situation an den Finanzmärkten anschauen, wenn wir uns diese Verwerfungen anschauen an den Finanzmärkten, wenn wir uns anschauen, wie Staatsanleihen wirklich als eigentlich sichere Anlageklassen ins Bodenlose fallen, wie der japanische Yen einfach mal 30% verloren hat gegenüber dem US-Tall, 30%! Und ich meine, Japan ist ja kein Drittweltland, Japan ist ein gebildetes, entwickeltes Land und der japanische Yen einfach mal 30% im Minus gegenüber dem US-Tall, das ist schon heftig. Das sind Verwerfungen, die hier stattfinden, die langsam wirklich ein Ausmaß annehmen, dass es wirklich ans Lebendige geht. Vor allem hier, wenn wir uns die Geschichte mit den Pensionskassen anschauen, dass so, wenn so Pensionskassen unter Druck kommen, dann geht es wirklich langsam ans Lebendige. Und sobald es so ein Ausmaß annimmt, was wird wohl passieren, wenn es langsam ans Lebendige geht, wenn Rentner ihre Renten nicht mehr bekommen, wenn diese Renten nicht mehr sicher sind, weil die Leute sind angewiesen auf ihre Renten. Es gibt ganz viele Leute, die haben null Ersparnisse und die sind darauf angewiesen, dass sie ihre Renten bekommen. Naja, und eben, wenn wir so ein Ausmaß erreicht haben, was wird dann wohl passieren? Es wird genau das gemacht, was immer gemacht wurde die letzten hunderte, tausende Jahre. Es wird einfach Geld gedruckt, um diese Probleme zu lösen. Einfach Geld drucken, um so die Probleme zu lösen. Und das ist ja auch nichts Neues. Es ist tatsächlich nichts Neues. Ich habe kürzlich, hat mir ein guter Freund einen Wikipedia-Artikel geschickt von Inflation im Römischen Reich. Und das war wirklich sehr spannend. Ich verlinke es unten in der Videobeschreibung. Bereits die Römer, bereits im Römischen Reich gab es eine sehr hohe Inflation. Schätzungen gehen davon aus, dass die Inflation im Römischen Reich zeitweise 10% betrug. 10% Betrug, Inflation im Römischen Reich. Und das ist ja auch nicht verwunderlich. Ich meine, natürlich gab es im Römischen Reich viele Krisen. Es gab viele Wirtschaftskrisen. Das war ein enorm großes Reich. Oder wenn du da mal die Karte anschaust, wie groß das Römische Reich früher war. Das war unglaublich. Und dementsprechend hat die natürlich Ausgaben. Die mussten eine hohe Armee finanzieren. Und diese Steuereinnahmen hatten einfach irgendwann nicht mehr ausgereicht, um das alles zu finanzieren. Und dann haben sie einfach das gemacht, was auch heute noch gemacht wird. Sie haben angefangen, ihre Währung zu infaktionieren. Die hatten dort Silbermünzen. Und ganz am Anfang waren im Römischen Reich, waren die Silbermünzen, waren noch zu 98% mit Silber gedeckt. Also die bestanden, die eigentlichen Münzen bestanden zu 98% aus Silber. Und dann gegen den Schluss waren da noch 2-3% Silber drin. Also da gab es massive Inflation in diesen Silbermünzen, immer so schrittweise. Zuerst ging man rund auf 90% Silber und dann in 80% und so weiter und so weiter. Also da hat man immer so schrittweise angefangen, die eigene Währung zu infaktionieren. Und genau so ist es ja heute mit dem US-Dollar. Früher war der US-Dollar mit Gold gedeckt. Und dann hat man auch irgendwann gesagt, na, brauchen wir nicht mehr, besser so. Dann können wir ein bisschen mehr Inflation fahren, ist viel besser für alle. Ja, und genau so wird es immer weiter gehen. Und ich weiß schon, was du jetzt denkst. Du denkst jetzt, ja, aber warte mal. Das Römische Reich ist ja trotzdem irgendwann zusammengebrochen. Ja, das ist richtig. Das Römische Reich ist zusammengebrochen. Und die hohe Inflation in der eigenen Währung war mit ein Teilgrund, warum dann das Römische Reich zusammengebrochen ist. Aber du musst eines verstehen. So ein Reich wie das Römische Reich, das fällt nicht von heute auf morgen zusammen, sondern als diese Probleme langsam anfangen, als diese Wirtschaftsprobleme und die großen koordinatorischen Probleme vom Römischen Reich langsam anfingen, ging es nochmals 200 Jahre, bis dann das Römische Reich wirklich auseinandergebrochen ist. Nochmals, als die ersten Probleme anfingen, bis dann das Reich wirklich auseinandergebrochen ist, 200 Jahre, 200 Jahre. Also du siehst es, man kann so ein System, kann man extrem lange in die Länge ziehen und man kann immer wieder neue Hilfspakete und 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 bla 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 und pipapo. Also du siehst es, es ist nicht so, dass einfach nur, weil jetzt wir so eine Krise haben und wahrscheinlich wird wieder viel Geld gedruckt, um diese Krise zu lösen, heisst das nicht, dass morgen der Systemkollaps kommt und dass morgen die Hyperinflation da ist. Nein, das heisst das überhaupt nicht. Was ich sagen möchte, man kann das Ganze wirklich extrem lange in die Länge ziehen. Und das wird wahrscheinlich passieren. Wahrscheinlich wird das Ganze einfach noch ein bisschen in die Länge gezogen, vielleicht nochmals 10 Jahre und dann irgendwann in 10 Jahren gibt es vielleicht wieder eine grosse Krise, so wie jetzt. Und dann, was wird dann passieren? Ja, dann kommen sie mit einer neuen Superidee, zum Beispiel mit digitalen Zentralbankwährungen, CBTCs, Central Bank Digital Currency. Ja, und dann werden sie natürlich nicht sagen, oh, das ist jetzt der Great Reset. Nein, natürlich, dann werden sie sagen, es ist irgendwie ein Stabilisierungsprogramm, eine Umstrukturierung, eine Erfindung, eine neue Währung usw. Und dann sagen sie, hey, wir haben jetzt eine neue Währung, schau, du brauchst jetzt diese alten Dollar nicht mehr, du brauchst die alten Euro nicht mehr, wir haben jetzt neues digitales Zentralbankgeld. Und wir überweisen dir dieses neue digitale Geld direkt auf dein Smartphone. Du bekommst sofort 1.000 Euro auf dein Smartphone überwiesen. Neues Geld, neue Währung, alles super, alle sind happy, weil alle bekommen dann von der neuen Währung. Ja, und genau so wird das wahrscheinlich ablaufen. Und der Größteil der Bürger wird das wahrscheinlich auch noch mitmachen, weil sie denken, ja, oh, super, jetzt gibt es halt eine neue Währung. Ja, ist ja nichts Neues, es gab ja schon viele neue Währungen. Jetzt gibt es wieder eine neue und ich bekomme sie gratis noch auf mein Handy. Alles super. Ja, und wahrscheinlich wird es dann schon einige geben, vor allem, weil ich gehe jetzt mal sehr stark davon aus, dass in 10 Jahren oder vielleicht in 15 Jahren, wenn das der Fall ist, dass dann sich die Bitcoin-Bewegung noch stärker entwickelt hat und dass dann noch mehr Menschen bewusst ist, wie wichtig Bitcoin ist und dass eben Central Bank Digital Curacies sehr gefährlich sein können, eben was Privatsphäre angeht, dass wir dann eigentlich die totale Überwachung haben. Ich denke schon, dass dann zu diesem Zeitpunkt das vielen Leuten bewusst ist. Und ich glaube auch, dass es dann, wenn es soweit kommen würde, dass bei einem nächsten Great Reset, dass dann eben diese CBDCs eingeführt werden, dass es dann viele Leute gibt, die dann auf die Straße gehen und dann sagen, hey, wir wollen das nicht, wir wollen keine Central Bank Digital Curacies. Ob wir dann als Bürger wirklich die Wahl haben, um uns zu wehren, das wird sich dann zeigen. Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall werden wir eine Alternative haben. Wenn die Regierungen um die Ecke kommen mit der neuen Superlösung CBDCs, dann werden wir eine Alternative haben und diese Alternative heißt Bitcoin. Und deswegen bin ich mir wirklich zuversichtlich, dass diese CBDCs dann nicht so eine allzu große Bedrohung sein werden, wahrscheinlich wäre es auch möglich, dass diese CBDCs auf der Bitcoin-Blockchain aufbauen oder auf der Ethereum-Blockchain. Das wäre absolut möglich und das würde eigentlich auch Sinn machen, weil man dann eben diese Funktion von Bargeld immer noch hätte, weil man dann die Zensurresistenz vom Bitcoin-Netzwerk nutzen könnte, um eben so ein CBDCs aufzubauen. Das wäre möglich, vielleicht ist es eher unwahrscheinlich, aber grundsätzlich wäre möglich und vielleicht, wenn sich dann die Regierungen auch eher öffnen gegen solche Kryptowährungen dann, dann wäre das möglich. Also ich gebe diesen Wahrscheinlichkeit, dieses Szenario würde ich jetzt nicht komplett ausschliessen. Schon eher unwahrscheinlich, aber nicht komplett ausschliessen. Ja und so wird es auch dieses Mal wieder kommen. Also jetzt sind wir im Moment in einer wirklich schlimmen Krise, es ist wirklich schlimm und es wird genau das passieren, was immer passierte die letzten Jahre, die letzten 100 Jahre, die letzten 1000 Jahre. Selbst wie bei den Römern, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, sie werden einfach wieder den Gelddrucker anschmeißen und jeder wird irgendwie ein Hilfspaket bekommen und pipapo und dann wird einfach wieder Geld gedruckt und alles wird wieder gut. Die Aktienmärkte steigen wieder, alles steigt wieder und das Wirtschaftswachstum ist wieder da und ja, dann geht es wieder so ein paar Jahre bis dann wieder, bis uns dann wieder langsam die Realität einholt. Aber eben wie gesagt, das Ganze kann man sehr, sehr lange in die Länge ziehen. Dieses Spiel kann man sehr lange spielen. Also ich würde mich jetzt nicht darauf verlassen, dass jetzt wirklich morgen der Systemkollaps kommt, obwohl viele das genau jetzt verschreien. Oder immer diese Crash-Propheten, die haben jetzt wieder unglaublich hoch konjunkturiert. Die ganzen Crash-Propheten, die eben genau verdämen waren, die sagen, oh du musst jetzt all in gold, weil jetzt fällt der Euro zusammen und bla bla bla. Nein, der Euro wird nicht zusammenfallen. Auch der US-Dollar wird nicht zusammenfallen. Das stimmt nicht, oder? Das ist einfach unglaublich unrealistisch. Deswegen macht dir keine Sorgen. Langfristig wird einfach wieder der Gelddrucker angeschmissen und dann läuft alles wieder. Was man aber schon noch sagen muss, Technologieunternehmen, die werden es schon schwieriger haben die nächsten Jahre. Solche Wachstumsunternehmen, die extrem von den tiefen Zinsen der letzten Jahre profitiert haben, ich denke, die werden es wirklich schwieriger haben die nächsten Jahre. Ich meine, so tiefe Zinsen, wie wir sie die letzten Jahre hatten, die werden wir wahrscheinlich nicht so schnell wiedersehen. Das heißt, solche Wachstumswerte werden es vielleicht schon schwieriger haben, aber wahrscheinlich einfach nicht so krass. Sie werden schon überleben, sodass es dann vielleicht so eine gesunde Säuberung gibt in diesen Wachstumsunternehmen. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber grundsätzlich kommt morgen nicht der Systemkollaps. Das ist sicher der Fall. So, das war es mit diesem Video. Lass mir gerne ein Abo da, wenn es dir gefallen hat. Und ansonsten schau dich um auf meinem Kanal, was ich sonst noch für ein Video habe. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Ciao.